ist der notruf der polizei bitte legen sie nicht auf der notruf der polizei ja schönen guten tag bin ich in notruf goethen naja wir sind eine zentrale bin ich in goethen oder ist das woanders ich habe nämlich mal eine große frage im internet werde ich verunstaltet mit mützen mit hüte hässliche grünen brillen und ich weiß die namen die stehen immer da kann ich das jetzt meine örtliche stelle bringen und dass sie die angezeigt werden das kann sie zur anzeige bringen ja aber das stehen nur benutzernamen kann man die kann die polizei die ermitteln das ist kein problem also sie müssen das bloß mitnehmen dass sie das dann einsehen können vielleicht können sie das dann auch sichern ja habe ich alles auf video auf aufnahme mit handy aufgenommen die verunstalten mich mit solchen hässlichen grünen brillen mit hüte der anführer der heißt johnny und die namen kann ich alles schicken das ist ein dick doch weiß wissen sie ja und die verunstalten mich mit der brille und alles sowas das kann sie dort dann zur anzeige bringen das strafbar war ja sie haben ja recht an ihrem eigenen bild und wenn sie damit nicht einverstanden sind und die machen das strafbar tut dann weiß ich bescheid alter kann aber ich glaube heute kann ich die anzeige nicht mehr erstatten wo ich morgen früh hin war also wir haben rund um die uhr dienst ja das wäre schön wenn ich dann weil ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr wirklich die verunstalten mich mit schaufe mit hässlichen grünen brillen mit hüte es ist wahnsinn es ist ich bin 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 ich